Bären, was liegt an heute? Jo, alles klar. Ich geh aufs Rockerfestival. Dann mach ich dir Rocker platt. Oh, wow. Dann mach ich sie aus dem Rocker von der Seite, oder? Jo. Ich bin ungefährlich, ich muss nach der Technik kommen. Die Technik nicht gut ist, dann geh ich da ruhig und reiß alle Kabel raus. Und ich mach den Schlagzeug an. Ja! Okay. Das sieht aber gefährlich aus. Guck mal! Das ist jetzt das Baskarfest. Wurde heute eingeweiht. Der Oskarfest ist der Oskar. Der Oskar von heute Abend. Der will auf irgendeiner Haare hier drauf sitzen und so ein Burnout machen. Okay. Der als der erste Bär der Welt überhaupt. Der kann man wissen, den Bären und Bärenparker zu nehmen. Okay. Er hat ja schon vorne dieses kleine Motorrad gesehen. Oh Gott. Deswegen, wenn man jetzt an dem Motorrad so weitlaufen hat, macht der Kärbler. Der will auf dem Weg kaufen. Okay. der drürecten Reif auf dem Wald sein. Und dann damit Táaren und Bärenparker zu nehmen. Die Haare ist da. Die Haare ist da. Die White Light ist ja auch heiß. Das ist ja auch heiß. Das ist ja auch heiß. Das ist was von uns. Sucht sich eine coole Kude aus. Einmal ganz kurz. Das ist der Spruch der Kaffee. Das ist ja auch heiß. Die Haare ist da. Die Haare ist da. Die Haare ist da. Im ganzen Weg. Alles gut. Musik 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 Das ist Blue Dragon! Yeah, Blue Dragon! Oh, so geil! Oh, so geil! Ah, das ist schon mal nach oben, aber... Ich bin doch mit diesen Frauen, oder? Ja! Da würdest du jetzt groß machen! Ja! 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 Ah, gut, dass der angekündigt ist. Jawohl. Und der hätte schon längst sehen. Und dann wollen wir da. V8-Motor. Und dieses V8-Motor, und dieses V8-Motor, und dieses V8-Motor, das ist ganz besonderes. Der hat sich mit dem Rumpen eingebaut. Und auch dafür, dass wir das Kopffest beendet. Das ist das Geil. 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 Wir wollen nicht mehr alles auf dem Weg kriegen. Und dann haben wir alle größer Vorstelle. Oh. Das ist das Geil. Das ist das Geil. Da ist einer komplett erschlagen von seinem ersten Bikertreff. Wir haben erst einmal vertrauen müssen. Das war der Hammer. Der Oskar zerlegt sich für mich. Der ist aus dem Auto rausgejumpt, mit Dramabär ungefähr, hat sein Kabel rausgezogen und haben sich die Leute verjagt. Und als wir dann kamen, hat der Oskar schon geträumt hier. Was war's denn? Bei Kerzenschein. Genau. Jetzt müssen wir noch kurz die Matte platt machen. Bitte auch die Platte matten. bitte auch die Platte beträumt. Hast du die Platte? Letze sehen. Denang mit dem Fotos. Ich habe die Titel. Ich habe die Titel. Die Titel zCal.